Freude erleben, um Freude zu schenken. Das ist der BMW Pro-Am Sailing Cup. Traditioneller Auftakt für das BMW Sailing Cup Deutschland-Finale. Sechs Boote, sechs bunt gemischte Teams aus Prominenten und Segelprofis. Sie wappten den Regattaturn auf der Elbe in Hamburg und segelten für einen guten Zweck. Eisprinzessin Katharina Witt war mit dabei. Ebenso der ehemalige Rennfahrer und BMW-Markenbotschafter Prinz Leopold von Bayern. Schauspieler und Hobbysegler Elma Gehlen und Rennrodlerin Susi Erdmann. Eine ganze Reihe prominenter Teilnehmer, die sonst mit dem Segelsport nicht viel zu tun haben. Sind das hier kugelsichere Westen oder woher sind die? So, damit wir nicht runtergehen. Obwohl oder vielleicht gerade weil viele der prominenten Teilnehmer zum ersten Mal das Segelabenteuer wagten, war der Spaßfaktor für alle Beteiligten groß. Und auch das Wetter spielte mit. Herrlicher Sonnenschein und vier Windstärken sorgten für beste Segelbedingungen. Für jeden Punkt, der von den sechs Teams im Verlauf des Nachmittags ersegelt wurde, spendete BMW 200 Euro für die World Childhood Foundation. Insgesamt kamen somit 10.000 Euro zusammen. Wir haben natürlich auch eine soziale Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung bei BMW und World Childhood Fund. Das ist schon eine tolle Organisation mit der Königin Silvia von Schweden. Und das unterstützen wir sehr gerne und wir hoffen natürlich, dass hier heute sehr viel Geld zusammenkommt, dass wir dann mit großer Freude weitergeben. Bereits vor dem Rennen waren aus alten Segeln Taschen genäht und verkauft worden. Die Erlöse hieraus kamen ebenfalls bedürftigen Kindern zugute. Den kleinsten Freude schenken, das war das Motto in Hamburg. Das galt auch bei der kreativen Gestaltung eines BMW 1ers. Zurück zur Regatta. Hier war es am Ende das Team Nord, das als erstes das Zielsignal hörte. Ich glaube, wir haben gewonnen. Und ich war schon zweimal beim BMW Sailing Cup dabei, aber da hat es nicht so gut funktioniert bei mir. Und heute hat es richtig Spaß gemacht. Für mich ist Siegeln einfach die Inkarnation des Dienens. Das heißt, du segelst mit Leuten, die kennst du nicht. Und du gehst als Freund so ungefähr von Bord. Das war wie immer wunderbar. Nicht nur die, die bei der Siegerehrung die Medaillen überreicht bekamen. Wunderbar fanden es am Ende alle Teilnehmer. Wunderbar fanden es am Ende.